Das ist aber ganz und gar nicht nett. Cool. Ach, hör mal, man kann tatsächlich. Du hast vier Rassen, die du spielen kannst, scheinbar. Weil es diese komische Katzenklasse... Äh, fünf. Du hast... Was hast du denn da? Du hast... Weiße Katze. Kaninchen. Ich glaub, so ein Art Hund. Graue Katze und Waschbär. Okay, das ist jetzt nicht allzu viel, um ehrlich zu sein. Ja, ich schau's mir jetzt gerade an. Was ist das? Was ist meins mit Edenlike?